Hallo und herzlich willkommen aus der Whisky-Destillerie Peter Affenzeller. Was ist ein Blended Whisky? Das ist heute unsere Frage. Blended Whisky ist ein Verschnitt, der Winzer würde jetzt sagen ein Cuvée. Das heißt, Blended heißt, es würde verschnitten. Es gibt sogar Blended, wo bis zu 50 Destillerien zusammenhelfen und jeder gibt ein Fas hier und dann wird es gemeinsam, der Blendmaster verschneidet es gemeinsam und dann ist das ein Verschnitt. Man kann aber auch Blenden nur mit zwei verschiedenen Fässern und kann das Ganze dann küvetieren und somit hat man das auch dann gemischt bzw. verschnitten. Blended Whisky sind in der Regel meistens sehr elegant, eher bekömmlich. Das heißt, es sind auch schöne, weiche Produkte. Das sind meistens die Blendeds. Ich hoffe, ich konnte hiermit eure Frage beantworten. Und ich freue mich auf viele weitere Fragen. Einfach unter dem Video kommentieren oder besucht uns auf www.peter-affenzeller.at und bis dorthin, alles Gute.